Wir werden hier von Zügen belästigt. Wir sind aufgestanden. Wir haben hier gepennt. So, wir haben hier gepennt. Wir werden hier von diesem Regen und diesem Gewitter hier überrascht. Das windet uns hier total durch. Das pustet uns weg. So, der Wind mit dem ganzen Regen ist weg. Der ist nicht mehr vorhanden. Und guck mal, hier vorne ist eine Bissstelle. Wenn man genauer hinsieht, dann sieht man hier zwei, dass da irgendwie was zwei Zähne hätte und da reingebissen hat. Und das ist total angeschwollen. Keine Ahnung, was das war, für eine Spinne oder sowas, aber das ist schon seit drei Tagen so angeschwollen. Und beziehungsweise die ist sogar ein bisschen noch mehr angeschwollen geworden. Und damit laufe ich die ganze Zeit rum. Mit dieser Bissstelle. Koffein ist fertig. Oh, noch zwei Eis. Aber trotzdem ist das geil, draußen Koffein zu saufen. Guck mal, hier spritzt was rum. Wenn wir heute Sommer hätten, dann hätte ich da jetzt meinen Kopf reingetunkt. Um euch das zu zeigen, wie das aussieht, würde ich da meinen Kopf reintunke und Blubberblasen machen und sowas. Hier vorne ist ein Fluss. Guck mal, wie sauber das Wasser hier in den Alpen aussieht. Da ist richtig wie, wie nahezu glasklar mit Blau dran. Es regnet rum, es ist nass, nervt. Ich werde mir überlegen, meinen versifften, urinfarbigen gelben Sack anzuziehen. Aber ich habe mich noch nicht entschlossen, weil es noch nicht doll genug regnet. Jetzt werden wir hier von diesen ganzen Geräuschen hier belästigt. Na, das Nudelwasser wird abgegossen und das ist schon sehr oft passiert, dass der Helmut dann plötzlich diesen unteren Deckel dann rausgemacht hat und dann die gesamten Nudeln dann runtergefallen sind. Aber jetzt wird Fressen aufgetragen. Mit, ähm, 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 Käse oder wie das heißt. Also keine Käsefüße, aber das ist Käse. Das wird jetzt gefressen. Gleich gibt es morgen Fressen. Guck mal, diese Viecher hier vorne, die haben uns die gesamte Nacht lang belästigt und, ähm, die sind hier hochgelaufen, um uns noch mehr zu belästigen. Jetzt wird Frühstück gekocht. Das wird gleich in uns reingemacht. Frühstück ist fertig. Und ich bin ein Versifter, ähm, Fresssack. Ich habe dicke, überfettigte Eier und, ähm, und weil dieser Druck total nervt, ähm, würde ich dir am liebsten diesen ganzen Berg hier runterkulern lassen. Guck mal, diese ganzen Sachen werden hier getrocknet, äh, und diese Sachen werden auf diesen Elektrozäunen getrocknet. Und durch diese Elektrizität werden diese Sachen hier getrocknet. Und deswegen haben wir das da aufgehangen. So, die Sachen sind gepackt. Und, ähm, ach so, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ähm, das ist ja eine Kapelle. Das war ein super Schlafplatz gewesen. So, wir haben hier die ganze Zeit diesen Wagen hier hochgeschleppt. Und darauf, dass wir jetzt gerade keinen Bock mehr haben, den Wagen noch weiter hochzuschleppen, ähm, werde ich diesen regelfarbenen Schloss, den ich neulich beim Bauhaus gekauft habe, So, also da, wo ich die billigste Klapserkarre vom Bauhaus gekauft habe und Schrankschorniere und sowas, ähm, den werde ich erstmal öffnen. Ach, scheiße, Mann, Schlüssel ist, ähm, durchbogen. Also, ich habe gerade diesen Schlüssel, den ich gerade durchbogen habe, wieder gerade gebogen und damit erfolgreich den 6,99 Euro Billigschloss hier dran gehangen, damit, ähm, damit der Wagen hier abgeschlossen ist, damit er nicht geklaut wird. Und, ähm, genau, hier ist noch ein Schlüssel. Also, das war gerade 50% Risiko gewesen, dass der eine Schlüssel abgebrochen war, aber den habe ich wieder erfolgreich zusammengebogen bekommen. Aber, genau, der regelfarbene Schloss ist dran, das heißt, dieser Wagen ist, ist gesichert, glaube ich. Und ich bin eine biertrinkende Mammutsperm hier. Guck mal, jetzt müssen wir durch dieses Gewässer hier rumklettern. Wir sind in der Schneerinnenverransung gefangen. Wir müssen hier hoch auf diese Wurzeln drauf. Guck mal, hier vorne ist ein Bergziegenweg. Aber ich habe ja auch ein Ziegenbad und deswegen habe ich die beklettert. Das ist geil, das ist die komplette Naturverransung. Ich rieche auch Naturgas schon. Wir brauchen unbedingt einen Bierträger. Aber das ist ein ganz komischer Weg, wo nur ganz wenig von diesen Trittflätzchen vorhanden ist. Wie gut, dass wir 4,5 Kilo Wasser dabei hatten, wo es hier jede Menge Wasser satt gibt. Es liegt einfach jede Menge Naturrans rum. Es muss weg. Guck mal, hier vorne ist Ausrutschgefahr, weil hier fließen Flüssigkeiten runter. Und hier vorne geht das ganz tief weit runter. Guck mal, man muss sich hier die ganze Zeit an diesen Blatt Papieren hier festhalten. Weil wenn diese hier nicht halten und abreißen, dann stürzt man hier ganz weit runter. Und genau, deswegen, die sind ganz wichtig, die Dinger. Die nächste Naturverransung muss bewältigt werden. Exzellent, gebrost. Jawohl, hier geht das ganz tief weit runter. Ist entspannend. Das ist unser Weg zu nach oben hoch hin. Prämissal, ne? Richtig prämissal! Guck mal, da drüben sind Berggipfel, die sind die ganze Zeit von diesen Wolken verseucht. Das heißt, wenn wir unseren Berggipfel da oben erreichen tun, dann könnte es sehr gut sein, dass wir auch dann später von diesen ganzen Wolken hier verseucht werden. Ich bin schon wieder total verranzt, obwohl ich mich in dem Quellwasser perfekt gewaschen habe. Das ist real. Wir brauchen einen Bierträger. Zwei Stück mit Lastenkraxel und zwei Kästen hinten drauf, jeder. Guck mal, von da unten sind wir hochgelaufen. Und wir müssen noch nach da oben hoch, also da wo die Wolken sind. Wir müssen hier diesen Berg hochklettern. Um auf den Gipfel Bier zu trinken. Deswegen macht man sowas. Und hier riecht es die ganze Zeit nach Ziegenscheiße. So, wir sind hier auf den Gipfel drauf angekommen. Also da wo dieser Gipfelkreuz ist. Und so sieht das hier von hier aus. Und hier werden wir jetzt ein Gipfelbier trinken. So, und darauf, dass wir angekommen sind, wird erstmal Gipfelbier gesoffen. Auf diesen Gipfel drauf. Mit dieser Aussicht hier. Und genau, wir sind gerade dabei hier runter zu laufen. Diesen gesamten Berg wieder runter. Bis wir da ganz unten da angekommen sind. Und immer mehr Dunkle kommt. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, bis wir Licht brauchen. Guck mal, wir werden hier die ganze Zeit von diesem Regen hier belästigt. Und deswegen sind wir ganz schnell unter dieser Hütte hier geflüchtet. Damit wir nicht hier abwarten, bis der Regen weg ist. Langsam regnet das nicht mehr. Und darauf, weil es an Regen mangelt, haben wir hier das hier gefunden. Also da wo Wasser rausspritzt. Also ich habe gerade meine Kamera mit meinem Sack aufgewärmt. Damit da das Akku nicht zu doll abstirbt. Weil das hier den ganzen Tag zu kalt ist. Und guck mal hier vorne, hier vorne liegt Scheiße rum. Und ich sehe gerade mit der Prozentanzahl, dass es schon wieder zu kalt ist. Das heißt, es muss der gleich schon wieder am Sack anbinden, damit der warm wird. So, wir sind jetzt hier an dieser Stelle angekommen, wo diese Sackkarre hier angeschlossen ist. Und die wurde nicht aufgebrochen und geklaut. Und deswegen werde ich das hier jetzt aufmachen. Diesen 6,99 Euro regelfarbenen Billigschloss. Und der geht richtig Scheiße auf. Jawohl, ich habe es geschafft. Ohne dass der Schlüssel abbricht. Und jetzt fahren wir mit dem hier weiter. Und jetzt laufen wir zu dorthin, wo wir die vorletzte Nacht gepennt haben. Das war ein stilliger Platz. Ich war eine richtige Gehirnverranzung. Guck mal, es regnet hier rum. Und hier spritzt das von dieser Dachrinne runter. Auf den Topf hier drauf. Weil wir brauchen Nudelwasser. Regelfarbene Farbe wird hier drauf geschmiert. Ich mag regelfarbene Farbe. Weil so sieht mein Bierpowerfummel aus. den ich meistens so auftrage. Und ein Pirat stürzt sich auch natürlich ins rote Wasser rein. Die Nudeln sind fast fertig. Das wird gleich in die Teller rauf getragen. So, fressen ist fertig. Jetzt wird das hier gefressen. Die Nudeln sind fast fertig. Der ist fertig. Der ist fertig.